ja ich bin euer camping chef heute machen wir mal gulasch ich zeige euch mal kurz die zutaten mit dem foto hier rein da ist die paprika die ist grob gewürfelt genauso wie die zwiebel knoblauch fein hatten lauchen scheiben so kleine stückchen und die möhre auch ganz normal klein machen das fleisch ich habe zwei zutaten vergessen hier vorhin wir hier noch so ein schönes glas nudeln ja ich würde sagen so ungefähr 100 gramm und ganz wichtig tomatenmark noch so Musik